Willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin es wieder, euer Alex und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid zu einem Folgevideo der Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Marktplatz Otto. In diesem Video schauen wir uns das Dashboard von Otto Partner Connect an. Wir werden alle Punkte durchgehen und einige Dinge uns anschauen, die besonders wichtig sind, um bei Otto erfolgreich zu verkaufen. Viel Spaß bei diesem Video. Ich freue mich, wenn du bis zum Schluss dabei bleibst. Freunde, wie angesprochen, lasst uns mal einen Blick drauf werfen, was uns hier der Marktplatz Otto zu bieten hat, insbesondere hier zum Dashboard im Otto Partner Connect. Wir werden die einzelnen Menüpunkte durchgehen und werden Schritt-für-Schritt uns anschauen, welche Varianten und Möglichkeiten uns hier das Dashboard bietet. Natürlich werde ich auch meinen versprochenen Umsatz zeigen, den ich hier bereits auf dem Marktplatz Otto erwirtschaftet habe. Und falls du andere Themen nicht verpassen möchtest, rund um E-Commerce, aber auch weiterhin zu der Schritt-für-Schritt-Anleitung zu Otto und anderen Marktplätzen, abonnier gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so verpasst du kein weiteres Video mehr. Und gib dem Video jetzt schon mal einen Daumen hoch, das wird uns vielen weiterhelfen, vielen wird das Video empfohlen und so kommen viele weiter und wir können uns hier gegenseitig unterstützen. So, dann lasst uns mal einen Blick drauf werfen. Ich befinde mich hier schon mal auf dem Otto Partner Connect und ihr seht schon mal hier die Startseite, die euch hier so eingeblendet wird. Oben rechts haben wir die Möglichkeiten Einstellungen zu treffen, aber auch Hilfestellungen können wir hier im Otto Partner Helpdesk uns anschauen. Das habe ich bereits in anderen Videos gezeigt, sowie den Einstellungsmöglichkeiten findest du immer oben in der Infobox oder unten in der Videobeschreibung, sowie alle Informationen rund um das Thema Otto. Die Schritt-für-Schritt-Anleitung findest du in der Playlist auch komplett unten in der Videobeschreibung. Auf der Startseite werden uns hier viele Informationen gezeigt, wie zum Beispiel anstehende Veranstaltungen, aber auch verschiedene Änderungen, wie zum Beispiel hier seht ihr rechts, was sich neu getan hat, wo vielleicht irgendwelche Fehler behoben worden sind von dem Marktplatz Otto, weil der Marktplatz Otto ist recht jung, wie schon anfangs angesprochen und dementsprechend wird hier vieles noch korrigiert und verändert, aber es funktioniert im Großen und Ganzen sehr gut und ja, das ist so der Inhalt von der Startseite. Der nächste Menüpunkt ist Produkte, da gehe ich mal drauf. Genau, bei dem Menü Produkte haben wir die Produktübersicht. Wir haben hier unsere ganzen Produkte, wo wir direkt auch hier das Ganze suchen können mit der ERN-Nummer oder der Artikelnummer, der SKU. Des Weiteren haben wir auch die Möglichkeiten, hier verschiedene Dinge zu filtern. Wir können uns aktive, deaktivierte Sachen anzeigen lassen. Wir können Filter bearbeiten. Dann haben wir hier die Möglichkeit, verschiedene Sachen uns anzeigen zu lassen, wie zum Beispiel irgendwelche Angebote oder Artikel, die mit Fehlern noch angezeigt werden und die wir beheben können. Selbstverständlich können wir hier auch neue Produkte anlegen. Das habe ich bereits in einem anderen Video gezeigt. Schau es dir gerne an, wie gesagt, in der Infobox oder unten in der Videobeschreibung. Dann haben wir hier noch den Menüpunkt Produktanalyse. Da können wir uns einzelne Produkte anschauen, wie gut sie laufen. Dann können wir uns gucken, welche Produkte laufen nicht so gut. Vielleicht könnten wir da in der Beschreibung noch etwas verändern oder gegebenenfalls sind da noch Fehler, die zu beheben sind. Als nächster Menüpunkt wäre hier der Menüpunkt Aufträge. Bei den Aufträgen habt ihr hier verschiedene Möglichkeiten, auch Filter einzustellen. Ihr könnt euch Zeiträume einstellen. Auch hier haben wir die Möglichkeit, nach verschiedenen Aufträgen, und zwar nach Auftragsnummer zu suchen, aber auch der Artikelnummer, Nachnamen können wir auswählen oder Auftrags-ID. Des Weiteren haben wir hier oben die Reiter, welche offenen Bestellungen haben wir, was ist versendet, was ist zum Beispiel storniert, retourniert, angekündigt oder alle. Bei alle habe ich hier zum Beispiel immer die Möglichkeit, dass ich direkt in der Vergangenheit nachschauen kann, wer hat wo bestellt. Und so kann man definitiv gut nachforschen, falls man irgendeine Bestellung sucht oder einen Auftrag. Als nächsten Menüpunkt haben wir hier den Unterpunkt von Aufträge, haben wir noch Kundenbelege. Das habe ich bereits in einem anderen Video gezeigt. Und zwar habt ihr hier die Möglichkeit, eure Kundenbelege für eure Buchhaltung herunterzuladen. Ihr könnt hier die Rechnungen, Erstattungen oder auch alle CSVs im CSV-Format herunterladen. und das geschlüsselt oder aufgeschlüsselt in Monaten und Tagen. Kommen wir zum nächsten Punkt und zwar Finanzen. Bei dem Punkt Finanzen haben wir hier die Möglichkeit, unsere Auszahlung herunterzuladen. Auch hier haben wir die Möglichkeit, das Ganze mit Filtern zu belegen und das dementsprechend für die Zeiträume zu filtern. Auch haben wir die Möglichkeit, die Belegnummern zu suchen oder Rechnungsnummern. Als Unterpunkte haben wir hier verschiedene andere Möglichkeiten, Kontoauszüge, Marktplatzgebühren und Servicegebühren. Das habe ich bereits ausführlich in einem anderen Video besprochen. Schaust dir gerne an, wie gesagt unten in der Videobeschreibung oder oben in der Infobox. Das kannst du dir dann dementsprechend hier anschauen. Ich werde vielleicht ein einzelnes Video noch speziell dafür machen, dann werde ich das dementsprechend auch hier verlinken. Kommen wir zum nächsten Punkt und zwar Analysen. Bei den Analysen haben wir hier alle Daten und alle Statistiken, die wir hier auf dem Marktplatz Otto bewegen. Wir haben hier auf einen Blick, wir können das Ganze uns nochmal einzeln anzeigen lassen, wie zum Beispiel jetzt hier Kundenkontakte-Analyse. Wir können hier Produktanalysen uns extra aufschlüsseln lassen, aber auch Aufträge und Retouren, alle Statistiken dazu. Ein wichtiger Punkt und da seht ihr es schon, die Umsätze. Und zwar ist das jetzt die Anzeige für die letzten sieben Tage. Wir werden da gleich mal draufklicken und gucken, was tut sich da so monatlich auf dem Marktplatz. Und ihr seht es aber in den letzten sieben Tagen, also die letzte Woche, waren es bei mir nach Nachfrage über 16.000 Euro. Und der erwirtschaftete Umsatz, reiner Umsatz, waren über 13.000 Euro und zwar wöchentlich. Und das ist ein ganz normaler Zeitraum, zum Beispiel jetzt gucken wir uns das mal für den August und September an. Wenn es dann ins Weihnachtsgeschäft geht, dann sind hier definitiv andere Zahlen möglich. Es ist natürlich auch Kategorie von der Kategorie abhängig. Ich bin hier im Beauty- und Drogerie-Bereich unterwegs, dementsprechend habe ich hier hochpreisige Markenprodukte, die ich verkaufe. Und natürlich ist der Umsatz hier etwas höher. Das kann bei dir natürlich etwas anders ausfallen. Du kannst gerne mal einen Kommentar unten in der Videobeschreibung mir hinterlassen, wie es bei dir aussieht, falls du auf dem Marktplatz Otto schon aktiv bist. Und falls nicht, dann kannst du es natürlich auch für die Zukunft einfach mal dazu schreiben, wie es bei dir hier sich so entwickelt. Klar haben wir hier auch das Kundenverhalten. Wir sehen, wie viele Visits wir haben, also wie viele Aufrufe wir an Angeboten haben. Wir sehen hier den durchschnittlichen Wert des Warenkorbs, ist bei mir über 100 Euro. Dementsprechend sind auch höhere Umsätze hier ausgezeichnet. Wir sehen Kundenbewertungen, 5 Sterne, das sieht gut aus. Die Conversionrate ist hier 1,5 Prozent, etwas zurückgegangen. Aber wie gesagt, wir sind nicht im Kerngeschäft, im Hauptgeschäft. Das war eher jetzt Nebensaison. Des Weiteren haben wir hier die Anzeige der Lieferpünktlichkeit. Da solltet ihr unbedingt bei Otto ein Auge drauf haben. Ich habe jetzt hier ein grünes Lämpchenleuchten. Wenn es ein rotes Lämpchen ist, dann seid ihr unter 95 Prozent der Lieferpünktlichkeit. Und die solltet ihr monatlich einhalten. Wenn das so weit ist, dass ihr hier ein rotes Lämpchen habt, dann solltet ihr auf jeden Fall was tun. Denn dann müsstet ihr an der Lieferzeit was verändern. Bei mir war es eine Zeit lang so, dass meine Lieferzeit nicht so pünktlich war. Dann musste ich einen Tag nach oben schrauben. Auch die Stornoquote seht ihr hier. Die muss eingehalten werden. Die hat auch einen bestimmten Zeitpunkt. So, gucken wir uns mal die Umsätze für den Monat an. Dann klicke ich mal hier auf das Controlling. Genau, und hier seht ihr dann für die letzten 30 Tage, und zwar 17. August bis 15. September wird die Statistik angezeigt von über 46, also knapp 47.000 Euro Umsatz. Ich denke, das kann sich sehen lassen. Definitiv solche Umsätze macht hier Otto. Und dementsprechend habe ich diese Videoreihe Schritt-für-Schritt-Anleitung für euch hier veröffentlicht, damit ihr auch diese Umsätze mitnehmen könnt, weil es lohnt sich definitiv. Ja, soviel zu den Umsätzen. Gucken wir uns noch weiter an. Hier verschiedene Sachen. Das sind die Unterpunkte, die ich bereits angesprochen habe, die ihr hier auch noch aufrufen könnt. Also, nächster Punkt wäre Services. Genau, bei den Services habt ihr noch die Möglichkeit, verschiedene zusätzliche Angebote, Werbemaßnahmen hier von Otto in Anspruch zu nehmen. Ihr könnt hier zum Beispiel Rabattaktionen machen. Advertising könnt ihr machen, dass ihr eure Angebote einblenden lasst. Dann habt ihr hier noch andere Möglichkeiten zur Rabattaktion. Ihr könnt Sponsoring machen, Display-Ads. Das bedeutet, auf anderen Seiten, wie zum Beispiel hier als Beispiel der Stern, da könnt ihr eure Angebote anzeigen lassen, aber auch andere Möglichkeiten, wie direkt auf dem Marktplatz Otto. Dann habt ihr hier nochmal Content-Möglichkeiten. Wie gesagt, schaut euch das an, was für euch hier in Frage kommen könnte und könnt das dementsprechend mal ausprobieren, falls die Verkäufe nicht so gut laufen. Ich werde in Zukunft vielleicht auch manche Services hier in Anspruch nehmen und werde das natürlich euch als Video auch darlegen. So, und als letzten Menüpunkt haben wir noch die Kundenkommunikation. Da klicke ich auch mal drauf. Hier habt ihr die Möglichkeit, dann die Kundenanfragen, die Kunden euch hier stellen, zu beantworten. Es geht hier meistens um Lieferanfragen, um Stornierungen oder irgendwelche Reklamationen. Auch hier solltet ihr eure Anfragen innerhalb von 48 Stunden bearbeiten, um eure Statistik nicht schlecht zu machen und den Kunden auch einen guten Service zu bieten. So, Kundenanfragen bekommt ihr hier durch den Kunden. Wenn ihr den Kunden selbst kontaktieren möchtet, dann ist das ein bisschen anders. Das habe ich bereits im letzten Video gezeigt. Falls du da auch noch mehr Infos zu sehen möchtest, gerne auch unten in der Videobeschreibung dir das anschauen, dazu das Video. So, da haben wir die Möglichkeit, dann Verkäuferanfragen und Kontaktanalysen. Das haben wir bereits bei den Analysen ja schon gesehen, was da auch an Statistik uns angezeigt wird. Genau, das war es soweit zum Dashboard. Also sehr übersichtlich gemacht von Otto und recht gut und transparent das Ganze hier, nicht so umfangreich. Ich denke mal, das wird in Zukunft auch noch weiter ausgebaut vom Otto Marktplatz. Und dementsprechend bleiben wir hier dran. Falls du das Ganze nicht verpassen möchtest, wie gesagt, abonniere diesen Kanal. Falls dir dieses Video gefallen hat und du noch mehr von solchen Videos sehen möchtest, gib dem Video auf jeden Fall einen Daumen hoch. Das lässt uns hier als Community wachsen. Falls du Fragen hast, gerne die Kommentarfunktion nutzen. Und sonst wünsche ich dir viel Spaß und viel Erfolg. Alles Gute, ciao.